Wow, das Wasser ist herrlich. Was ist? Nur nichts auslassen, denke ich. Wie ist das Wasser? Hinreißen. Es ist eiskalt. Oh Gott. Es ist saukalt. Ich bin schon alleine. Klar. Hi, Hanni. Und stell dir vor, dass ein Mädchen da war hier drin. Ja, ich hatte sie gar nicht gesehen und deshalb habe ich... Würden Sie mich entschuldigen? Tja, wenn Sie gehen müssen. Müsste ich nicht, wenn ich nicht verheiratet wäre. Ja, ich weiß. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Fahrt. Ich Ihnen auch.